Vor uns liegt nochmal ein Spätsommerwochenende mit sehr hohen Temperaturen und vor allem in Osten Deutschlands ist und bleibt es nach wie vor heiß mit Temperaturen über 30 Grad, wie zum Beispiel auch hier in Potsdam, wo es am Mittwoch einen neuen historischen Temperaturrekord gegeben hat von 35,0 Grad. Der alte Rekord ist sehr, sehr alt aus dem September 1895. Auch am Freitag hier wieder über 30 Grad, genau wie auch am Samstag nach Südwesten zu, nicht ganz so heiß. Das liegt auch daran, dass hier von Frankreich immer wieder mal Wolken mit Regenschauern und Gewittern hereinziehen. Die können auch schon in der Nacht ziemlich kräftig ausfallen und am Tage zieht dieses Regenband unter Abschwächung weiter ein Stückchen nach Norden. Dann kann es vor allem in Nordrhein-Westfalen und runter bis ins östliche, südliche Bayern ein paar schauerörtliche Gewitter geben. Nach Norden zu weiter, sehr freundlich, sonnig an den Küsten, nach wie vor der Böge Ostwind. Und hier Höchsttemperaturen bis 30, 31 Grad im Südwesten, meist so um die 23 bis 25. Der Samstag nochmal heißer, bis zu 32 Grad in der Spitze, auch im Südwesten am Rhein geht es bis an die 30 Grad Marke ran. Da merkt man noch gar nicht, dass es Herbst wird. Man merkt es am ehesten an den früher einsetzenden Sonnenuntergängen. Erstmal scheint lange Zeit die Sonne nur nach Norden zu, gibt es vereinzelt mal Schauer. In München geht die Sonne heute zum Beispiel schon mal um etwa 1944 unter. Das war vor zwei Wochen noch deutlich später und in zwei Wochen ist es eine halbe Stunde früher. Und in Hamburg verlieren wir sogar noch schneller Tageslicht. Vor zwei Wochen noch halb neun der Sonnenuntergang und in zwei Wochen dann schon vor halb acht. Also, da kann man nochmal richtig den Spätsommer genießen. Zum Beispiel in den Badeseen bei 22 bis 25 Grad Wassertemperatur. Nordsee und Ostsee haben etwa 18 bis 19 Grad. Hier auch am Sonntag an der Ostsee noch sehr freundliches, sonniges Wetter. Au Südwesten ziehen dann im Laufe des Sonntags teilweise kräftige Regengüsse und Gewitter rein. Und nochmal wird es warm mit maximal 24 bis 32 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017